Es ist der spektakulärste Schatz der Geschichte. Er überquerte mehrere Kontinente, wurde schließlich irgendwo in Amerika versteckt und ward nie wieder gesehen. Sie sind Schatzjäger, nicht wahr? Eher sowas wie Schatzwächter. Noch heute sind die Hinweise allgegenwärtig. Auf dem Dollarschein ist eine verschlüsselte Botschaft. Was will sie mir sagen? Und für Benjamin Franklin Gates. Generationen unserer Familie suchten nach diesem Schatz. Führen sie in ein Abenteuer, das vor 2000 Jahren begann. Sie vermuten eine Schatzkarte auf der Rückseite der... Der Unabhängigkeitserklärung. Wo ist ihr Beweis? Wir haben keinen. Vielleicht von Yeti geklaut? Ich werde sie stehlen. Was? Ich werde die Unabhängigkeitserklärung stehlen. Äh, Ben? Von Produzent Jerry Bruckheimer und Regisseur John Turtletaub. Was sehen Sie? Es gibt noch mehr Rätsel. Die Geheimnisse. Okay, wer will den Vortritt in den Gruselschacht? Ja! ...werden alle gelüftet. Sag mir, was der nächste Hinweis ist. Nicolas Cage. Das Vermächtnis der Tempelritter. Vertrauen Sie mir? Ja. Wir gehen. Wir gehen. Sie weinen. Untertitelung des ZDF, 2020